So, ich fange mal direkt an, wo ich gesagt habe, hinter mir, da fährt gerade schon eins rein. Hier fahren mehrere rein, Leute. Schaut euch das mal an. Ich glaube, bevor ich es gesehen habe, kann ich euch jetzt schon sagen, es hat sich gelohnt. Schaut euch das mal an. Ja, wirklich ein sehr schöner, großer Bahnhof. Mit alles dabei, was man so braucht. Mit Straßenbahnen, da vorne sind sogar Busse, die dürfen hier auch reinfahren. Sehe ich gerade, schaut euch das mal an. Bevor wir erstmal nach oben laufen, habe ich hier schon jede Menge Kulisse zum Aufnehmen. Ich bin noch am Laufen gewesen, da kommt mir dieses Prachtexemplar entgegen. Ich bin mal eine Etage tiefer. Hier kann man noch besser aufnehmen. Ja.